Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von COMMENTS U CAFÉ. Mein Name ist Hamza, diesmal mit einem Gast neben mir und nach dem Intro geht's los. Wie gerade schon erwähnt habe ich diesmal einen Gast neben mir und zwar das ist der gute Binyamin. Hallo Binyamin. Hallo alle zusammen. Der Binyamin ist Cousin von mir, also wir sind verwandt und ich will mit ihm heute ein Thema bereden, was sich ein paar Leute gewünscht haben. Ich habe privat ein paar Nachrichten bekommen, der NS auch. Und bevor wir mit dem Thema starten, würde ich mal sagen, Binyamin, stell dich mal vor. Wer bist du, was machst du, was studierst du? Ja erstmal vielen Dank für die Einladung Hamza. Mein Name ist Binyamin, ich bin 24 Jahre alt und nicht Student der Uni Duisburg-Essen. Das muss ich hier explizit erwähnen. Mein Studium ist im Bereich der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Siegen. Und ich bin, wenn Gott so will, nächstes Jahr mit meinem Bachelor fertig. Ja genug geschnackt. Ich will zum Thema kommen. Also das Thema von heute ist heiraten bzw. heiraten im Studium. Wie das so ist. Der Binyamin, der gegenüber von mir sitzt, der hat im Studium geheiratet. Deshalb fand ich, dass er ein geeigneter Gast für diese Folge war bzw. ist. Erzähl mal vielleicht, wann du geheiratet hast, wie das Ganze war, wie es dazu kam, so damit wir so einen groben Überblick haben, wie das so bei dir war. Und dann gehen wir auf die Details. Ja genau, ich habe dieses Jahr geheiratet, im Juni. Meine Geschichte war ein bisschen kunterbunt, sage ich mal, aufgrund der ganzen Corona-Situation. Ich hatte vor, von Anfang an nicht in der Klausurphase zu heiraten. Deswegen habe ich mir einen Zeitpunkt ausgesucht, was weder im Sommersemester noch im Wintersemester gerade zu diesen Peak-Zeiten der Klausuren stattfindet. Deswegen habe ich mich für den Juni entschieden. Muss aber auch sagen, dass das dieses Jahr ein bisschen spontan war bei mir. Aufgrund der ganzen Pandemie-Situation war das bei mir so, dass ich ungefähr fünf bis sechs Tage vor meiner Hochzeit wirklich dann auch Bescheid wusste, dass ich auch heiraten werde. Wir alle sicherlich mitverfolgt, waren eine Zeit lang die Hochzeiten komplett verboten. Und bei mir war es dann so, dass ich zum Beispiel im Standesamt mit elf Leuten heiraten konnte. Ich durfte da einen Fotografen mitnehmen und die restlichen Leute waren meine Eltern, also auch jetzt von meiner Ehefrau die Eltern, plus unsere ganzen Geschwister. Das war also ein bisschen eine komische Situation, aber bin dennoch froh, dass es geklappt hat. Ja, ich weiß noch ganz genau, du hast uns, ich glaube, das war ein Dienstagabend, hast du geschrieben, Jungs, am Sonntag findet meine Hochzeit jetzt statt. Davor wurde ja der Termin abgesagt, verschoben, Standesamt waren wir ja nicht dabei. Bei uns ist das, bei uns Ausländern oder Türken ist das ja so, dass wir halt Standesamt haben und dann noch, ich sag mal, die normale Hochzeit, wo da mehrere Gäste sind. Das war schon eine spontane Angelegenheit. Ich weiß noch, ich dachte mir so, oh, ich bin in Duisburg, ich muss jetzt zurück zu meinen Eltern fahren und ich muss noch zum Friseur dies, das erledigen und das war auch für mich eine ganz andere Erfahrung, weil normalerweise war das immer so, dass man Monate vorher Bescheid wusste und dementsprechend konnte man dann planen und diesmal war es halt nur ein paar Tage vorher. Ich glaube, so eine ähnliche Situation haben die meisten gehabt, die dieses Jahr geheiratet haben und ich weiß noch, bei der Hochzeit war es ja so, da waren wir auch nicht viele Leute, da waren wir vielleicht 50 Leute. Mit 100 Leuten durften wir heiraten. Ja, 100 Leute, da habe ich mich ein bisschen, ja, Fischgedächtnis halt. Genug über die Hochzeit geredet. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich dir gerne stellen möchte. Also ich gehe davon aus, dass viele, die jetzt gerade uns zuhören, noch nicht geheiratet haben oder vielleicht gerade in der Planungsphase sind. Deswegen ist halt die Frage auch so, wie funktioniert das mit dem Studium und dem Familienleben? Wie kann man sich das vorstellen? Also wie ich bereits schon erwähnt hatte, ich habe während der Corona-Zeit geheiratet und deswegen ist in dieser Situation auch mein Heiratsleben verbunden mit der ganzen Corona-Situation. Vorher war es ja so, dass man zum Studieren quasi auch in die Vorlesung gegangen ist, dass man Übungen besucht hat, dass man die Tutorien besucht hat. Aber bei mir ist das derzeit halt nicht so. Alles geschieht online und auch die ganze Vorbereitung für die Uni ist online. Daher bin ich eigentlich nur zu Hause, sage ich mal. Ich bin eigentlich kaum oder gar nicht an der Uni und was ich auch zusätzlich erwähnen muss, ich bin auch als Werkstudent tätig und auch das mache ich im Homeoffice. Also habe ich quasi alles derzeit bei mir zu Hause und ich muss für nichts irgendwo hin. Vielleicht zur Vorbereitung der Hochzeit, das wäre auch vielleicht interessant. Bei mir war es zum Glück so, dass ich sechs Wochen von meiner Arbeitsstelle ein quasi Urlaub geschenkt bekommen habe aufgrund der Corona-Pandemie. Dies geschah unter voller Bezahlung, muss ich auch erwähnen und ich hatte sozusagen sechs Wochen nur für mich Zeit. Das war zu einer Situation, wo ich schon die Klausel geschrieben hatte. Das war Ende März und ich hatte wirklich sechs Wochen effektive Zeit für die Hochzeit. Normalerweise hat man dies nicht, aber bei mir war das so und deswegen war es bei der Vorbereitung für die Hochzeit eigentlich auch alles locker easy. Du hast ja sehr oft die Corona-Pandemie erwähnt, beziehungsweise hast auch erzählt, wie sich unser Leben umgestellt hat. Das, was ich mich frage, wie stellt sich eigentlich so das Leben nach einer Hochzeit um? Vor allem, du hast ja auch davor alleine gelebt, hast sozusagen ein Studentenleben in Siegen, bist dann halt zurückgekommen hierhin und was genau hat sich da geändert? Was war anders zu vorher und worauf muss man auch zum Beispiel verzichten, wenn man verheiratet ist? Also ich sag mal so, wenn du heiratest, hast du folgendes nicht mehr. Du hast nicht mehr diese Freiheit, nachts, spät am Abend einfach aus dem Haus zu gehen, nur um dich mit ein paar Kollegen zu treffen. Du hast vielleicht nicht diese Freiheit, dass du einfach tun und machen kannst, worauf du gerade spontan Bock hast. Du lebst sozusagen in einer Ehe und dort musst du immer mitplanen, was auch dein Ehepartner haben möchte, was diese Person auch berücksichtigt oder was diese Person auch an Themenpunkten hat, was für sie wertvoll ist. Daher agierst du eher für zwei Leute immer, jedoch musst du das auch so sehen, die Person, mit der du heiratest, sollte zumindest so sein, dass ihr eigentlich die gleiche Denkweise habt, dass ihr eigentlich die gleichen Interessenpunkte habt im Leben, so dass es eigentlich nicht langweilig wird, im Gegenteil, sondern man hat eigentlich eine Person, mit der man das Leben sozusagen gleichzeitig führen kann, mit der man über Themen reden kann, die einen gleich beschäftigen und sozusagen über das Leben gemeinsam vorankommen. Ja genau, du hast einen wichtigen Punkt erwähnt, vor allem musst du auch die Person, du bist ja noch Student, also du hast ein Familienleben, du hast ein Studentenleben und du halt arbeitest noch und da muss man, die Person auch tolerant damit sein, dass du vielleicht nicht immer Zeit hast oder mal zur Uni musst, jetzt okay ist Online-Semester, es kommt dir ja auch ins Zeug sozusagen und da hast du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt erwähnt. Du bist ja so langsam kommst Richtung Ende deines Bachelors, oder? Erinnere ich mich falsch dran? Richtig. Wie sieht es eigentlich so mit Kindern aus? Also ist der Gedanke da gewesen, auch schon im Studium Kinder zu haben? Ich kenne viele, die an unserer Uni, wir haben an unserer Uni einen Kindergarten, haben glaube ich auch viele Unis. Da habe ich damals, als es noch Präsenzunterricht gab, habe ich dann halt ein paar Leute gesehen, wie die die Kinder zum Uni-Kindergarten gebracht haben. Wie sieht das aus? Wie denkst du in dem Punkt und was für einen Tipp könntest du vielleicht den Leuten, die jetzt heiraten wollen, vor allem am Anfang des Studiums heiraten wollen, diesbezüglich geben? Also das ist jetzt eine persönliche Meinung. Meiner Meinung nach sollte man, wenn man heiratet, nicht direkt Kinder machen. Es liegt nicht daran, dass man vielleicht die Aufgabe sich nicht gewachsen fühlt oder es liegt nicht daran, dass man vielleicht warten möchte, sondern die ersten paar Jahre sollten eigentlich nur dem Ehepartner gewidmet werden, sodass man gemeinsam eine schöne Zeit sich aufbaut, sodass man gemeinsam viele Erinnerungen aufbaut. Und daher denke ich, am Anfang möchte ich keine Kinder haben oder ich möchte am Anfang kein Kind kriegen. Das liegt aber jetzt nicht explizit daran, dass das während des Studiums ist. Das ist eine allgemeine Grundeinstellung von mir. Ich würde gerne ein paar Jahre erst mit meiner Lebenspartnerin zusammen verbringen wollen und danach ein Kind machen wollen. Naja, wir haben ja auch viele in unserem Umfeld, die während des Studiums geheiratet haben. Und meine Frage ist, hast du mit diesen Leuten dich ausgetauscht, bevor du geheiratet hast? Vor allem über das Zusammenspiel von Familienleben und Studium. Hast du dir ja da ein paar Tipps geholt? Vor allem, du hast auch gerade erwähnt, dein Vater hat während des Studiums geheiratet. Hast du bei ihm ein paar Tipps geholt? Oder was hat er dir mit auf den Weg gegeben? Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ja, also bei mir war das mit dem Heiraten eine Sache, wo ich mir selber die Frage gestellt habe, ey, Binjam, schaffst du das? Glaubst du an dich selber? Und die Antwort war ja. Ja, und deswegen habe ich das dann auch durchgezogen. Also ich habe, um ehrlich zu sein, keine Meinungsbildung von anderen Menschen benötigt in dieser Sache. Wobei ich aber auch sagen muss, dass die Leute, denen ich diese Frage gestellt hätte, eher schlechte Vorbilder waren. Grüße gehen raus. Du führst ja auch einen eigenen Haushalt. Also das kann man jetzt mit einer Einzimmerstundenbude nicht vergleichen. Wie sieht es da mit der Finanzierung aus? Müssen beide arbeiten? Und reicht das Geld? Vor allem wenn du jetzt die Zeit, vor allem wenn du das jetzt mit der Zeit vergleichst, wo du in Siegen alleine gelebt hast. Wo sind da die Unterschiede? Wie sieht es aus finanziell? Also das ist eine Frage, die muss man individuell beantworten. Aber zwei Fragen sind natürlich sehr wichtig. A. Wie hoch sind meine Ausgaben? Und B. Wie hoch sind meine Einnahmen? Ja. Man muss folgendes sagen, als Student hat man vielleicht nicht den Luxus, den man nach dem Studium hat. Es sei denn, man ist Geisteswissenschaftler, die haben nie diesen Luxus. Aber ich würde so sagen, man kommt auf jeden Fall durch die Runden. Also ich habe jetzt, wenn ich die Miete oder so rauszähle, genug Geld, um monatlich mir noch ab und zu Kleidung zu kaufen, Essen und so ist sowieso kein Problem. Ich kann auch öfter rausgehen mit meiner Frau und etwas unternehmen. Also in dieser Hinsicht haben wir keine Probleme. Wie gesagt, ich bin Werkstudent, arbeite 20 Stunden die Woche. Dort kriege ich einen guten Beitrag plus meine Frau kriegt noch ihren BAföG im Vollsatz. Und da wir unter 25 sind, kriegen wir auch noch ein bisschen Kindergeld. Also wir haben einen Monatsverdienst von ungefähr 2000 Euro und damit kann man schon klarkommen. Also sollte man klarkommen. Es gibt Familien, wo der Familienvater nur arbeitet und 1400, 1500 Euro Nettolohn erhält. Und diese Leute schaffen es auch über die Runden zu kommen. Vor allem, wenn wir jetzt unsere Großeltern mal als Beispiel nehmen. Die hatten 5, 6 Kinder und die haben auf 60, 70 Quadratmeter zusammengelebt. Es gibt Geschichten von unseren Eltern, die gesagt haben, wo die zu 6, zu 7, zu 8 sogar ein Zimmer geteilt haben. Jeder Einwanderer kennt eigentlich so eine Geschichte mindestens. Von daher, ich bin glücklich mit dem, was ich habe. Und ich sage mal so, das soll ja auch nicht langfristig mein Niveau sein, mein finanzielles Niveau sein. Langfristig gedenke ich natürlich auch noch in andere Sphären zu gelangen. Viele fragen sich auch, wo genau die Vor- und Nachteile bei Elternleben, bei Studentenmude haben und beim eigenen Haushalt führen ist. Was würdest du sagen, wo liegt jetzt bei dir, wo du das eigene Heim hast, wo sind die Vorteile und wo sind die Nachteile im Vergleich zu den anderen zwei Wohntypen, die du in der Vergangenheit hattest? Also ich sage mal so, wenn du alleine wohnst, dann hast du zwar ein paar Freiheiten, aber du hast auch ein paar Aufgaben, die du dann selber bewältigen musst. Zum Beispiel Wäsche waschen, zum Beispiel kochen, zum Beispiel auch immer selber einkaufen gehen. Bei meinen Eltern war es so, dass ich ab und zu einkaufen gegangen bin. Als ich in Singen alleine gewohnt habe, bin ich natürlich selber immer einkaufen gegangen. Mittlerweile ist das so, dass ich immer zusammen mit meiner Frau einkaufen gehe, wobei ich den Punkt kochen jetzt sehr vernachlässigt habe wieder. Also an dieser Stelle muss ich mich bei meiner Frau bedanken. Sie kann wirklich sehr schön kochen und das macht sie auch liebend gerne. Also sie ist ein Hobbykoch. Aber du hilfst natürlich auch, wenn sie Hilfe braucht. Ja natürlich, natürlich. Das muss auch sein. Aber ich sage mal so, ich habe eine richtige Person gefunden, die sehr gerne kocht. Deswegen habe ich da wirklich Glück gehabt. Meine Mutter hat damals auch, wie bei den meisten eigentlich, fast immer gekocht. Als ich alleine gewohnt habe, musste ich mich immer darum kümmern. Und ja, also das ist eigentlich so ein großer Unterschied. Man hat ein paar Verantwortung, wenn man alleine wohnt und wenn man bei den Eltern wohnt oder mit dem Ehepartner, hat man ein paar Verantwortung weniger. Aber ich habe jetzt die Verantwortung, dass ich zum Beispiel Geld reinbringen muss. Ich habe die Verantwortung, dass ich die Ausgaben des Haushaltes bewerkstelligen muss. Ich habe zum Beispiel die Verantwortung, dass ich mich um eine Lebenspartnerin kümmern muss. Auch nicht nur materiell, sondern auch psychisch. Wenn sie mal Probleme hat, muss ich auch mit ihr darüber reden. Wenn sie mal Probleme finanziell hat, muss ich ihr auch mal hilflich sein. Das sind natürlich Selbstverständlichkeiten, aber die hat man vorher halt nicht als Verantwortung. Die kommen dann halt später. Viele fragen sich hier auch, ob sie im Studium heiraten sollen oder nach dem Studium heiraten sollen. Klar, man kann das jetzt pauschal nicht sagen. Wie wir gesagt haben, es kommt auf die Reife an, es kommt auf die Umstände an. Aber was für Punkte gibt es da noch, auf die man achten soll und dementsprechend dann die persönliche Meinung fällen sollte? Eigentlich hast du die Frage schon beantwortet. Man kann nicht pauschalisieren. Meiner Meinung nach, möchtest du heiraten, dann stell dir die Frage, bist du dazu reif genug, kannst du Verantwortung übernehmen. Natürlich könnte ich jetzt ein paar Tipps geben. Man sollte als ein Ehepartner immer ruhig bleiben bei einer Streitsituation. Man sollte versuchen, die andere Person zu verstehen. Man sollte versuchen, ab und zu Überraschungen für den Ehepartner zu machen. Und es gibt so klassische Beispiele einfach. Aber viel wichtiger ist die eigene Reife. Das ist wirklich vielleicht sogar der Punkt des Tages. Bist du reif genug? Ich würde es euch vorschlagen oder ich würde es jedem raten, der sich eigentlich dazu reif fühlt. Das Eheleben ist ein schönes Leben. Man hat viele schöne Momente in dieser Zeit. Man hat viele Hürden auch. Aber ich sage mal so, Hürden sind ein Teil des Lebens. Jede Person auf dieser Welt hat gewisse Hürden. Jede Person auf dieser Welt hat gewisse Schwierigkeiten. Und jede Person auf dieser Welt hat gewisse Punkte, die einem schwerfallen. Deswegen denke ich mir, ob jetzt verheiratet oder nicht, diese Probleme werden so oder so auftreten. Wenn ich verheiratet bin, habe ich wenigstens eine Person, die mich dabei unterstützt. Du hast alle wichtigen Aspekte erwähnt. Vielleicht wäre es noch gut zu erwähnen, dass man sich keinen Druck machen sollte, dass man eventuell zu spät dran ist oder dass die Leute in seinem Umfeld heiraten und man noch nicht geheiratet hat. Also das ist auch eine Sache von Schicksal. Es gibt Leute, die finden ihr Schicksal mit 20. Es gibt Leute, die finden ihr Schicksal mit 30. Da finde ich, sollte man auf jeden Fall dem Schicksal Zeit lassen und abwarten und auch nicht nur zum Heiraten heiraten. Also man sollte wirklich mit der richtigen Person heiraten. Das war es eigentlich zu dem Thema. Oder hast du noch einen Punkt, den du besprechen möchtest? Vielleicht einen kleinen Punkt nur. Das ist vielleicht aber aus einer Perspektive, die eher im orientalischen Bereich da ist und auch aus einer männlichen Perspektive. Meist wird dem Mann sehr viel Druck gemacht. Also viele der Menschen, die heiraten, viele der männlichen, sage ich mal, Menschen, die heiraten, haben immer sehr viel Druck, wenn sie heiraten müssen. Sei es finanziellen Druck, sei es irgendwelche Verhandlungen mit der Frauenseite. Viele von euch werden natürlich jetzt Bescheid wissen. Meine Empfehlung an euch, scheiß drauf. Also wirklich, so viel Druck ist es am Ende des Tages auch nicht. Das wird ein bisschen zu sehr hoch gepusht, meiner Meinung nach. Irgendwie klappt das schon. Es wird schon irgendwie funktionieren. Macht euch wirklich keinen Druck. Ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich würde dir dann die abschließenden Worte geben, bevor ich dann die Folge beende. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war mir auch eine sehr große Freude, heute teilzunehmen. Folge 10 mit mir finde ich auch sehr schön und ich hoffe, dass ich auch bei der 100. Folge wieder dabei bin. Ansonsten vielen Dank nochmal und bis später. Ich habe mich auch gefreut, dass du dabei warst. Das war auch eine spontane Angelegenheit. Ich habe dir ja gestern geschrieben, sollen wir eine Folge aufnehmen und heute hat es geklappt. Danke dafür. Und ja, wie ihr wisst, liken, abonnieren, supporten, teilen nicht vergessen. Und ich würde dann sagen, das war es mit der 10. Folge von Comments im Café. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017